Giovannis Trading Chancen am Montag, 3. Juni. Der neue Monat beginnt und er beginnt wahrscheinlich volatil, vorbörslich, DAX wohl im Minus. Ich habe einen DAX-Ausblick für euch, ein bisschen was zu den Devisen und natürlich die ein oder andere Aktie auf der Watch. Hier gibt es heute zum Wochenstart ein paar News. Ja, das vollständige Video erhaltet ihr wie immer, indem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.